hallo zusammen ich habe hier unseren neuen kühlschrank den we also wie wemo 140l und das ist ein zweitüriger kühlschrank für den ersatz von absorber kühlgeräten in wohnmobilen drin die breite ist 52,5 cm das ist also die standard breite eines wohnmobils also der kühlschränke in wohnmobilen drin und in der höhe haben 1255 und ersetzt werden der dometic rmd 10.5 der tetford n4145 und der vitri frigo vtr 5150 dg wir hatten die genau gleichen ablässungen aber hier reden wir über ein reines kompressorkühlgerät wir haben ich habe hier noch kontrolle hier hat jetzt minus 12 grad der kühlschrank hier oben ich habe ein tabler drin die türe ist momentan nur als rechts lieferbar wir haben noch keine anderen türen hier wir haben eine verriegelung wir haben die tür verriegelung unten hier rein drücken und dann kommt unten der stift rein und raus und auch oben verriegelung unten und oben und bei der untere türe dasselbe wir haben hier ein verriegelungs bügel und auch hier was dieser kühlschrank nicht hat ist eine lüfterstellung also heißt wir haben keine position wo wir den kühlschrank blockieren können wenn wir ihn nicht brauchen dass er offen stehen bleibt wir haben oben ein display ein separates video drüber auch schalter entriegelung temperatur hoch runter wir haben eco version gibt es ein separates video das verlinke ich nachher in die endcard wir haben auch einen größeren schrank den verlinke ich dann auch noch der hat einfach mehr volumen und innen drin wir haben hier zwei türfächer die man verstellen kann in der höhe wir haben hier tablare und unten eine gemüse schale hier ist noch mein thermometer zu gegen kontrolle das ist der kühlschrank vom form ist eine alternative zum absorber kühlschrank wir haben hier in der tiefe in der gesamt tiefe von 49,5 aber wir haben hier hinten diese füße diese füße eis ins füße als die stand halter weil wir brauchen hier diese luft zum kühlen vom kühler gegart also dass die luft hier beim bestehenden kühlschrank einströmen kann und oben wieder raus dieser kühlschrank könnte man auch in das fahrzeug innere belüften weil die abwärme ist etwa zwölf mal kleiner als die bei einem absorber kühlschrank der mit gas läuft hinten haben wir das kühler gegart und hier im tiefsten punkt sind wir jetzt bei 49,5 mit der tür und ohne tür wenn die tür vorsteht haben wir eine tiefe von 44 cm hinten beim kühlschrank wir haben ein wärmetauscher der relativ groß ist im verhältnis einen lüfter der hier die luft durchbläst und wir haben einen sekop ehemaligen dampfos kompressor bd 50 k das ist ein kompressor mit einem natürlichen kältemittel r 600 also der gwp und das co2 equivalent ist sehr tief die steuerung ist hier standard von sekop das anschlusskabel hier haben wir nur zweieinhalb quadrat mit dieser sicherung und die querschnitte hier sollten die länge in meter sein in quadrat millimeter das heißt wenn die batterie weg steht die batterie auf den haupt verteiler wieder zurück bis zum kühlschrank diese länge beispielsweise vier meter dann solltet ihr vier quadrat verbauen oder bei sechs metern sechs quadrat oder sogar noch dicker bis hier hinter den kühlschrank dieser kühlschrank ist effektiv ein reiner ersatz für absorber kühlschränke die mit gas funktionieren hier dann einfach mit zwölf volt ich habe hier als muster ein 100 watt solarpanel mit zwei panel 100 watt also mit 200 watt solar nennleistung auf dem wohnmobil könnte man diesen kühlschrank eigentlich in den sommermonaten durch betreiben und so sich das thema mit dem gas sparen auch das gas jetzt neu kommen zwangsprüfungen anderes thema weil ich beschäftige mich nicht mit gas oder gas abnahmen immer wohnmobil im beschrieb unten drin findet ihr den katalog wo diese kühlschränke drin sind auch die solarpanels stromversorgung für kühlschränke und hier oben verlinke ich euch den next größeren schrank und hier unten ein video über den schmaleren kühlschrank also den 42,5 cm breiten und ich wünsche euch einen schönen tag